und der Sprung das ist immer ein kleines Stück zu wenig man muss noch mit Falter ist klar nicht so ich öffne jetzt die ersten aber es gibt da glaube ich nicht mehr oder ne ging nicht mehr stimmt boah boah das ist doch Krätze es soll ich komme also in zehn zwanzig Minuten erst wieder okay die ist jetzt sauber in den Sauber ja das gibt es gute Leistung er ihr wolltet er jetzt aufnehmen also du wirst aber auch ja ich werde spiel 20 Minuten weg also sauber ausgut ich schätze mal werden länger aufnehmen hau ab hau ab hau ab geh weg da da jetzt erträgt er und eine zerträgt er das ist schlecht wenn die wird sterben ja okay rene wird sterben oh scheiße dass er sich echt nicht tun soll ja okay 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 passi ja rene muss jetzt für 10 Minuten oder 20 Minuten weg hat er gesagt dann habe ich ihn geschlagen und dann ist er das Wasser gefallen und ich gucke gerade wie die das gemacht hat ja er guckt weiter ist guck mal ich hier boah ist das dreckig aber jetzt ist er trunken es ist echt blöd der Diamanten bei nein tatsächlich nicht moooon 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 o moooon schick nun rus shop 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 M-M-M-A-N M-M-M-M-A-N Oh, das ist öder. M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M Soo... Posi... Du musst mit mir reden... Nein! ich verstehe es nicht mehr ditt 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 so bezauberlich zwei Bärz schlicht ja das ist ganz wichtig weil ich werde keiner redet ausreichend ich bin auch Kacke ja Pasi bewegt sich leck mich das ist das Problem ertrinker 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 ja ertrinker leck mich ja okay Pasi der andere schlägt ihn dann da am Ende dann spricht er weiter wieso redest du dich Pasi weil ich auch stumm bin ja da komm ich gucke jetzt eben weiter wie die das gemacht haben okay ich finde es nicht maaaan ditt 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 also Pasi rennen rennen da jetzt hin und ich schlag dich was halt nicht so schnell sauber Pasi also Pasi ja ja Mann. Ist's zuhra. Mann. Ah. Das ist zuhra. �. Das ist zuhra. Prozent er ist ach Gott ist das langweilig Mann ho ich soll halt leise sein Okay, okay, okay. Sauber, passier herz. Äh, muss ich testen. Haben die es so geschafft, oder was? Ähm, alle müssen zu sein. Okay. Soweit waren wir auch schon. Hä? Der hatte irgendwie einen Monstersprung hingekriegt. Okay. Der hat das beim ersten Sprung geschafft. Lol. Ich weiß nicht wie. Wie kriegt man denn einen Monstersprung hin? Wir sind jetzt 13.000 Mal gesprungen. Irgendwann mussten wir doch auch einen haben. Der hatte irgendwie total viel Speed drauf. Ich hab jetzt auch gerade ein Tempo drauf. Vielleicht muss man, äh... Warte, ich... Ey, Leckny, ihr habt mich umgebracht. Nein, du bist ertrinken. Boah, ich weiß, Pasi. Pasi, ich weiß. Wie denn? Du musst bei den Falltüren musst du auch schon springen. Also in den Falltüren musst du schon springen. Dann hast du auch einen Mega-Speed drauf. Das musst du dir mal anschauen. Mach ich doch. Ey, könnt ihr mich mal porten? Könnt ihr mich mal porten? Nein, ich springe doch da drin immer. Du springst immer da. Wie klappt das? Ja, wissen wir doch nicht. Ja, aber ich hab voll das... Ich guck so. Mal geht hier rein und hier springen mal immer. Ja, immer gegen die Decke hier. Mach ich doch immer. Oh, das hab ich nicht gemacht. Oh, da ist ja gut. Ey, Pasi hat Florian bei dir... Okay, egal. Was ist? Hat Florian bei dir auch einen Balken weg? Bei der Verbindung? Ja. Okay, hab schon gedacht, das liegt an dir. Ich hab's geschafft. Sauber. Wie? Machst du jetzt die ganze Zeit so wie immer? Nee, ich hab jetzt grad... Oh Gott. Ich hab's jetzt grad anders gemacht. Ja, Pasi warten da. Wieder? Ja. Ja, ich spring... Ich spring schon bei den Falltüren und dann ist man voll schnell, aber... Also so, guck mal, ich zeig euch das mal. Ja. Warte, 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 ich muss hochkommen. Nein. Guck mal, René. Du stellst dich hier hin, rennst und springst... Äh, warte, und ähm... Du musst gegen den Diamantblock und dann die ganze Zeit leer, hast du immer wieder hinter... So ganz schnell hintereinander, so. Ach, scheiße. Alter. Wie schnell. Das war ja widerwärtig, wie schnell es war. Das ist richtig speedy. Nach mal zart, Pasi. Schon wieder geschafft. Mist. Hab ich doch... Ich hab doch gerade im Nesttag gemacht, meine Frise. Ja, richtig mal ab. Wo gehst du eigentlich langflog? Gehst du nicht durchs Wasser? Nö. Nein, das dauert vor lange. Ich bin nicht einmal durchs Wasser, ich bin am Ende kein... Oh, fehl. Nein, war das knapp. Ja, ich hab's geschafft. Ja, ich hab's geschafft. Ganz oft hintereinander lehrt hast du die ganze Zeit. Ganz schnell. Krieg ich mal ab, ey. Ey, und ich wollte das schon aufgeben. Jetzt, 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 und... Ja, ich krieg das Programmende nicht. Denk dran, hier ist Glas, ne? Ja, ich bin nicht behindert. Das hat mich die ganze Zeit verwirrt. Ich dachte, da war eine Lücke. Und dann fall ich dann hoch. Frau Florian, sauber. Fuck. Nochmal. Ja, natürlich nochmal. Nein. Ach. Ach Gott, scheiße. Nein. Mann, ich springe am Ende einfach nicht ab. Du musst, ähm... Der erste Sprung muss gegen, ähm... Den Diamantblock sein. Und die ganze Zeit leert hast du hintereinander und dabei sprichst. Ja, das mache ich schon die ganze Zeit. Ey, Panti, lass von dieser Challenge hier schon mal den Checkpoint suchen. Bam! Na, endlich. Oh, es geht hier noch weiter? Hm. Oh, es gibt noch keinen Checkpoint. Oh, nein. Ja, hier gibt's... Hier braucht man auch keinen Checkpoint. Alter. Okay, das ist gut. Was, ich muss jetzt aber mal eine... Äh... Da ist Eis drunter. Ja. Oh, Mist. Von welchem Aus bist du gesprungen? Bist du vom Unteren oder vom Oberen Ausgesprungen? Ich bin vom Unteren. Ich bin vom Oberen draufgesprungen. Unterer ist leicht, ey. Ach, okay, geschafft. Boah, ich hasse den Satz. Ja, nein! Oh, ich bin zu weit gesprungen. Schleich mal. Oh. Nein. Oh, 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 oh. Ach, fell. Man muss wirklich erst im Letzten... Ja, geschafft. Checkpoint. Ja, nein. Ey, ich springe aber doppelt. Echt? Ja. Nein. Ja, sauber. Ich hab's aber nicht mal geschafft. Okay, jetzt. Konzentration. Oh. Ja. Och. Ja. Oh.